Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf der Griebach-Bem. Ja, ihr werdet euch wahrscheinlich wundern, warum hat er jetzt einen roten Anhänger oder so. Ja, der andere hat leider nicht funktioniert. Den habe ich wieder verkauft und jetzt habe ich den gekauft und der Drescher ist hier noch am ernten. Und ja, ich habe noch ein paar andere Sachen gekauft, die gehen wir jetzt holen. Hoppala, da war ein Zaun und jetzt geht es wieder weiter. So, dann hier raus, ab zum Ende. So, da sind wir schon wieder. So. Hier war die Einfahrt. So. Das ist die Einwärtsschung wieder. Wir werden mich hier rein stellen. das war zu viel dann gehen wir den nächsten so den Streuer und das Schneidwerk muss ich dann mit dem Brescher holen dann geht es zum Hof wieder das war nicht so an diese Straßen das ist so eng den stellen wir gleich hier daneben hin oh so dann schauen wir mal aufs Feld ah da ist schon fertig so 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 und jetzt gehen wir den Schneidwerkswagen holen und den Schneidwerk ablegen und zum Hof bringen und dann muss ich das andere Maisgebies holen so 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 jetzt muss ich das andere Schneidwerk holen und dann können wir den Mais abernten so 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 dann das und ja so geht's eigentlich dahin aber ohne shoes so so mal car wenn du dann noch runterlernen konzipieren hat, dann hast du auch so große themen Hier ist es zu eng. Einer zähl in den Weg. So. Ah, wir müssen gerade hin. So. So, da fangen wir an. Oder zumindest der Helfer. So, ich hoffe, die Videos gefallen euch. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like da und schreibt einen netten Kommentar und sagt, was wir in der nächsten Folge alles so machen sollen. So. Können wir den schon zum Hof bringen. Und dann ist die Folge auch schon wieder zu Ende. Und dann ist die Folge auch schon wieder. Und dann ist die Folge auch schon wieder. So, dann hier noch abladen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann das gerne Like da, schreibt einen netten Kommentar und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Macht's gut. Euer Chrissy Gaming. Ciao. Ciao.